Zocker und Zockerinnen Dann geht es auch schon los Ich habe jetzt hier mal die Zerx ausgewählt Die Zerx, ne? Die Zerx, natürlich Ja, und werde jetzt hier mal ordentlich Massepulvern Ja Feuer frei, würde ich sagen, ne? Oh, wir spielen hier gegen Snet, gegen Razel und gegen Seda Sisa Seda Salat, ne? Den mögen wir alle gerne Ja, dann wollen wir mal schauen, was hier so geht Bei Desert Strike Hot Ich strike auf dem Desert, Desert Strike Strike, 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 Desert Strike Ich werfe einen Strike, bereits Desert Strike Ja, alle neune Desert Strike, ja, yeah Oh, los Los Feuer frei Für die Arschkrampel Los Ah, kurz noch einen Schluck trinken hier Mhm Hmm, herrlich. Herrlich, herrlich. Ja. Irgendwer hier ist ordentlich am Kurbeln. Oder... Oh, ich glaube, der Raptor fliegt raus. Das fände ich so schön. Sieht aber fast so aus. Ist noch nichts geladen. Hmm. Oh, lecker. Malaga. Schön. Ah, nee. Ja doch, Malaga-Eis, ne? Gibt's doch, ne? Was ist denn hier los? Oh, hau, hau, hau. Das sieht nicht gut aus. Oh, ich hab mich so gefreut auf so eine kleine Runde. Hotz. Desert Strike. Hotz. Ja, aber ich glaube... Das wird hier nichts. Oh, doch. Doch. Der Bladebalken schreit doch noch voran. Schon jetzt plötzlich von 0 auf 50% geschnellt. Oh, mit Meth. Der hängt hier echt zurück noch. Die hängen alle leicht zurück. Also mein, mein Internet, das läuft hier supi. Ich kann das natürlich nicht sein. Ah, ja. Es fehlt doch was. Na, da wird ein Schuh raus, oder? Los, Raptor. Ziehen daher vom Ladebalken. Ja, fast. Noch ein Stück. Na, 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 ja. Gleich haben wir es geschafft. Schon bei 90%. Ja, 91. Komm, gib mir die 92. Gib sie mir. Ja. Und nochmal. Noch ein kleines Stück. Gleich haben wir es geschafft. Ich glaube, da fliegt trotzdem wer raus. Komm schon. Hier wollen wir hin. Das ist das Ziel. Oh, hier ist auch noch nicht ganz voll geladen, glaube ich, ne? Doch. Los, komm schon. Ganz ein bisschen noch. Ja. Und noch ein kleines Stück. Ah, ja. Wunderschön. Da geht es doch los. Und es ist sehr laggy. Mad Mav ist es, der Lümmel. Na, 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 na. Der leckt hier rum. So, dann fangen wir hier erstmal mit Roaches an. Zap, zap, zap. Zap. Na. Na. Ah, schön. Na klar. Na klar. Immer in der Mitte rein. Ah, ich werde hier gerade angeschrieben. Ich muss hier kurz mal auf DND schalten. Oh, haue, haue. Ah, böse, böse Tierchen hier. Schlemmt sie weg. Klopft sie nieder. Oh, ne, das sah nicht gut aus. Ah, auf das was geht. Oh, haue, 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 ha. Oh, gleich kann ich mir schon wieder neue Roaches kaufen. Ich könnte natürlich auch mal so ein Stück zurücksetzen. Oh, ne, ich kaufe mir doch noch keine anscheinend. Ich werde jetzt hier jetzt mal ein bisschen umpositionieren hier. Und jetzt gibt es hier erstmal ordentlich Bengling-Pull. Oh, nein, nein, nein. Ach, wollte ich doch gar nicht. Komm. Jetzt halte ich dann mal da hin. So, ein paar Benglings mal vorgesetzt. So, und jetzt holen wir uns das schöne Roll-Up noch. Auch genannt Zentri-Fugal-Haken, ne? So. Das sollte passen. Sieht schon ganz feierlich aus hier. Oh, die dance nicht so leicht, ne? Die wackeln hier rum. Wie so ein Wackeldackel. Au. Ja, was springt denn dabei raus? Aus der Kiste. Oh, wunderschön. Ah, die klappt dann doch hier auch weg. Los, komm schon. Dann können meine Benglings hier schön agieren. Hol ich uns direkt hier noch ein anderes Upgrade. Könnte ich eigentlich mal machen. Oh, die machen gut Schaden gleich. Da freue ich mich doch schon drauf. Ja, das sieht gut aus. Kloppt so nieder. Schön, dass die machen gar keinen Schaden hier. Nur die bösen Zentris hinter. So, und jetzt holen wir uns hier nochmal. Könnte ich mir auch mal so ein paar Queens noch kaufen. Och, ja, warum nicht, ne? Kleine Batterie-Queens hier hinter. Das ist doch schön. Drei Stück. Haben wir so einen richtigen Pulk hier, ne? Ah, das sind die Gangster. Oh, die strecken die Arme von sich. Die Kleinköniginnen. Da sind sie schon am Start und watscheln hier fröhlich rüber. Ach, was kommt der da? Oh, Silots. Ich klob noch kurz weg. Ah, schön heilen. Heil Sie, meine Freunde. Die sind aber auch lahm hier, ne? Das ist auch nicht, was sie wollen. Ach, dann müssen wir hier nochmal ein paar mehr Bänglings kaufen. So. Nochmal so einen richtig schönen, pulkigen Bänglings. So, richtig schön. Jetzt haben wir auch noch welche hin. Und dann holen wir uns doch mal. Hier ist so ein Punt. Ne, ich hole mir noch keinen Upgrade. Ich hole mir jetzt erstmal noch einen Gas, ne? Komm, Gas, bitte. Oh, schön. Alles weggepluckt. Tja, habt aber nichts dagegen, ne? So, und dann machen wir nochmal so ein paar Bänglings. So eine Line ist schon schön. Die setzen wir jetzt hier auch mal um. In so schönen Lines. Dann machen die besser Schaden, habe ich das Gefühl. So. Na? Oh, einer ist ganz einsam hier. So. Machen wir mal welche hin. Mal gucken, ob das so besser läuft. So, wunderschön. Ach, da sitzt noch einer. Ja, schön. So, und dann machen wir hier vorne die Line wieder zu noch. Kleine Bängers. Gangbänglinge. Und dann werden wir noch ganz viele Queats gleich hinten hinsetzen. Und dann holen wir uns nochmal so ein Overseer gleich. Ach, ich brauche jetzt erstmal Upgrade zu Tier 2. So ist das, ne? So, damit ich auch ein Overseer mal pulvern kann. Oh, jetzt haben sich die Linien hier überschosen. Die Bälle, meine ich. Ist gar nicht gut. Och. Och, Lünge mag ich. Äh, Marines mag ich ja auch. Und dann können sie keine Bomben hier auf meine Bängers abknallen. Alles recht. So. Noch mehr. Da auch nochmal so ein Ding hierhin. Wunderschön. Wunderschön. Ich brauche gar nichts anderes. Spanglings reichen hier vollkommen aus. Vielleicht so ein Panzerung. Obwohl Panzerung brauche ich dann hier doch gar nicht. Wir machen auch so genug Schaden. Ah, ja. So. So. Da noch einen hin. Und hier mache ich jetzt auch noch ein paar. Wir brauchen mehr. So, und jetzt können wir die hier nochmal umsetzen. Das leckt hier irgendwie schon wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl. So. Zap, zap. Und jetzt machen wir da nochmal. Ja, so ein paar Seucher, ne? Das ist doch eine feine Sache, finde ich. Kleiner Seucher. Da versorgt hier einiges. Oh ja. Das läuft doch. Aha. Machen wir hier nochmal so eine kleine Reihe hin. Schlagen echt gut ein. Kann man nicht anders sagen. Sag, kniest mir. Die machen die Damage. Die alten Raudis. So muss das echt sein. Echt schön. So. Und. Da geht schon die nächste Pulk los. Boah, ich habe noch mehr Pulk los hier. Kein Problem. Hier rollen wir uns auch nochmal weg hier. Ja, ehrlich. Den schlemmen wir doch auch locker weg hier noch, oder? Na klar. Wunderschön. So. Und. Was holen wir uns noch hier? So, erstmal die Linie voll machen. Und dann. Ganz gemütlich. Weiter gameln. Komm, ein noch. Och, schade. Oh gut. Die Bomben schlagen jetzt schon ein. Schön für mich. Okay. Jetzt muss ich langsam auch mal an etwas anderes denken hier. Ähm. Ach. So ein Nubi. Echt. Darf man sich nicht von beeinflussen lassen? Von so welchen Menschen? Immer weiterspielen. Das würde auch Spaß machen. Die Leute, die hier immer nur gewinnen wollen. Klar will man gewinnen, aber. Ist doch gar nicht so wild. Man will auch Spaß haben. Ah, schöne Stürme. Ah, die Welle wäre das hier ganz gut. Stürme. Ah, doch. Die haben, die haben reingezwitchert. Oh, hau, hau, hau. Oh, oh, oh. Bomben. Ja, wo ist die hier noch weg? Ich brauche hier mal so ein paar Korruptoren. Die so ein bisschen mitarbeiten. Und ziehe das gleich ganz böse aus. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Das kommt schon. Ah. Oh, die Welle ist sehr easy. Oh, hau, ahu, ahu. Oh, hau, ahu. Oh, hau, ahu. Oh, hau, ahu. Oh, hau. Oh, hau. Okay, Korruptoren sind vielleicht doch nicht so das wahre. Ich werde mal ein, zwei, ein paar Seucher noch entblocken. Wir brauchen mehr Mineralien. Das war es sogar schon fast, oder? Oh. Leider ja. Ach, schade. Hat trotzdem Bock gebracht. Aber so ein Flamer, das ist natürlich, das ist ja wirklich hart. Kann der doch nicht den Raptor anmachen. Frechheit ist das. So ein Lümmel aber auch. Mad Math. Was soll der Mist? Ja, wollen wir mal gucken hier. Oh, der Aggressor, der hat hier wieder gut zugeschlagen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Diese kleine Runde Deserts bei Kots. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. See you. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!